Also, ja, herzliche Grüße hier vom politischen Aschermittwoch in Bayern. Die Veranstaltung ist gerade vorbeigegangen. Es war eine großartige Veranstaltung. Der Saal war rappelvoll bis auf den allerletzten Platz. Und die Redner, Jörg Meuthen, Harald Wilimski, haben begeisternde und launige Reden gehalten. Ich denke, es ist wert, dass man sich das Ganze vielleicht nochmal selbst im Nachgang anschaut. Im Netz wird es diese Reden sicherlich zu sehen geben. Und es war ein richtig starker Auftakt für die AfD in Bayern in dieses Wahlkampfjahr. Es hat Spaß gemacht. Es hat Mut gemacht. Und ich glaube, damit haben wir einen Grundstein gelegt, dass wir definitiv zweitstärkste Kraft in Bayern im Herbst werden werden.